Und dann haben wir gesagt, es gibt auch andere Vermögensanlagearten, Strategien, die in jedweder Marktphase Geld verdienen können, wenn es rauf geht, wenn es runter geht, wenn es seitwärts geht. Wir haben eben in der Diskussion über das Thema modernes 60-40-Portfolio gesprochen. Gibt es das 60-40-Portfolio noch und wenn nicht, wie sieht es aktuell aus? Also bei uns gibt es das in der Form nicht und schon gar nicht standardisiert. Bei uns gibt es bis zu über 100 verschiedene Anlagestrategien, die wir für unsere Kunden einsetzen. Und da spielen also Aktien und Renten sicherlich eine übergeordnete Rolle, aber wir setzen ganz bewusst neben Aktien und Renten auch Total Return als Anlageklasse ein und Gold-Investments in Form von Cetra-Gold, das wir hochgewichten. Warum nutzen die diese beiden Assetklassen zusätzlich noch als Stabilisator? Als Stabilisator zu Diversifikation und natürlich auch als Performance-Bringer. Weil gerade das Thema Total Return ist ja entstanden in der Marktphase, als es keine Zinsen gab, als Anleihen keine Zinsen brachten, eher Negativzinsen brachten. Und dann haben wir gesagt, es gibt auch andere Vermögensanlagearten, Strategien, die in jedweder Marktphase Geld verdienen können, wenn es rauf geht, wenn es runter geht, wenn es seitwärts geht, durch Multi-Asset-Strategien, durch Optionsstrategien, durch Long-Short-Strategien, um ein paar zu nennen. Und die können wir ganz gut über die Total Return Anlageklasse einbinden. Sind denn die Assetklassen Aktien und Anleihen vielleicht heutzutage auch zu wenig im Angebot? Aus meiner Sicht ja. Aus meiner Sicht ja, weil man da sich dann eben vergibt, dass es auch andere Anlageklassen gibt, die in der Gesamtheit als Portfolio-Konzept und gleichzeitig aber auch Performance-Bringer sind. Sie haben eben auch angesprochen, Sie wollen auch Family-Office-nahe Dienstleistungen anbieten oder machen das auch schon. Was kann man sich darunter vorstellen und wie wollen Sie es weiter ausbauen? Also es geht im Grunde im Wesentlichen erstmal darum, dass man einen Kunden ganzheitlich sich anschaut. Also wenn ein Kunde, der fängt bei uns ab einer Million an, das ist das Startvermögen, um bei uns eine individuelle Vermögensverwaltung zu bekommen, dann bieten wir unseren Kunden grundsätzlich an, aufs Gesamtvermögen zu schauen, inklusive selbstgenutzter Immobilie, sonstige Beteiligung oder auch Unternehmensbeteiligung und dann daraus erstmal eine Privatbilanz zu erstellen, was ja schon etwas ist, was viele Kunden bei anderen Vermögensverwaltung oder Banken nicht angeboten bekommen, um dann daraus wiederum zu erkennen, welches ist die richtige Anlagestrategie auf der liquiden Seite und bei großen Vermögen, welche Fragestellungen ergeben sich eigentlich aus dem gesamtheitlichen Konzept, inklusive der Familie, sei es zum Beispiel Vermögensübertragungen, Schenkungen und dergleichen, wo wir durch unser gutes Netzwerk also weit mehr anbieten können als eine reine liquide Vermögensverwaltung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017